Willkommen in meinem Stream! Was geht ab? Wo waren wir denn stehen geblieben heute? Ich weiß es gar nicht. Hunderte Missionen, Datenbeschaffung, 40 Vibugs. Sehe ich gerade mal hier so. Ja, die wäre das hier, wenn 40 Vibugs. Geht jetzt, achso, okay, in einer Stunde gibt es wieder neue. Ich hätte ganz gerne so eine Kombination eigentlich, aus Regentropfen und Perks, aber das ist ja immer so schwer zu finden. Aber man muss ja auch mal, ah, die ist gut. Man muss ja auch mal bedenken, die spiele ich glaube ich gleich, dass ich ja auch zwei Level 98 bin, aber die Gegner sind unheimlich stark, ne? Das nervt alles, ah, gut. Ja, dann nützt ja nichts, dann spielen wir die. Hilfe! Ich werde angegriffen! Überleben da in Gefahr! Da kommen Sie! Ich weiß nicht, die ganze Arbeit wird schon wieder hier alleine machen. Füllenwesen wollen in die Pektung kommen. Nein, deswegen komme ich rein. Nein, das ist doch... Ich habe nicht geguckt, sonst hätte ich die Mission schon längst verlassen. Ist doch beschiss schon wieder. Und hier retten auch keinen Überlebenden, ne? Fällt ihnen im Traum nicht ein. Warum auch? Wir sind nur zum Farmen hier wahrscheinlich Ja eben Deswegen sag ja, der 22er hat hier gar nichts zu suchen Überhaupt rein gar nichts Guck mal wie die da chillen Lord, ja, ja Kann man nicht viel anders irgendwie aussprechen, oder? Ja siehst du, hat er geschrieben, ja kann ich doch Ist auf den Hand gebannt Ja, das ist ja Oka hat immerhin 16.000 überlebende Nippen oder 17.000 fast Und 36 Rehentropfen, die wir unbedingt brauchen Ich hab 25.000 bekommen Ja siehst du, komm, kann es mal sehen Aber die Mission hat sich dann ja auf jeden Fall gelohnt, ne? Beides ist ja nicht schlecht, ne? Was Back? Ich würde nur starten Ja Aber nicht dahin, da kann man größer verwein Voilà Oh, da ist einer durchgekommen Ja, das ist ja... Weil das Mikro... Mikrofon is wrong, hat Vatik geschrieben Er sagt dein Mikrofon vielleicht... Ja, könnte auch sein, ne? Ist auch so ne Theorie für sich Ist auch so ne Theorie für sich Aber eigentlich, äh... Ich denke mal wenn das Mikrofon schrott wäre, Vatik Dann wäre es am Controller auch das ähm... Das gleiche in Grün, der episch ist hier Dann wär da kein Unterschied, glaub ich Ich bin tot Wo bist du denn? Ich bin tot Wo bist du denn? 28 2 Wo bist du denn? Wurde schon wieder gelebt Ich hab schon Okay Ja, hol dir schnell den Loot Der ist innen drin Das hab ich schon vorher gemacht Achso, okay Bevor du gestorben bist? War nicht schlecht Bei sowas bin ich ja mal schon Ach Vatik, das glaub ich nicht Das ist an Epic nicht In dem Falle Ich trau Epic immer alles Ja, aber dann wäre es jetzt da ja auch das Piepen Öffne doch die Kiste Und warte nicht 8 Jahre 40.000, alle Das ist aber auch echt dürftig, ne? Oh, aber ich habe einen Überlebenden gekriegt Was? Ich auch ein Legi-Ding Ja, ich auch Ja, aber warum das denn? Das wird natürlich gar nicht verstanden Übrigens gibt's in der 100er gibt's auch wie Wachsenen Aber dafür sind wir ein bisschen schwach Das Datenbeschaffen Äh, was machen wir denn jetzt? Eigentlich? Achso, apropos Mir ist es egal, was ihr da Ja, genau Falsch schaltet Ich würd gerne die spielen, aber die ist ein bisschen hart Wegen den 40 V-Bucks 40 V-Bucks? Geht auch nur noch 12 Minuten Ich kann auch mal 100 machen Ich weiß nicht, wollen wir das Risiko eingehen oder nicht? Weil ich mein, random kommt ja mit rein, das ist klar Dann könnt ihr ja mal das davon ausmachen, weil 11 Minuten ist Ach komm, weil, ja genau, 11 Minuten Guck einfach mal, entweder das wird oder das wird nicht Wir können ja Fallen bauen, so ist es ja nicht Wir haben eine Dörtai verloren Comment ça? Oui et non Après je l'ai marqué comme ça, mais ça peut... Vous connaissez peut-être pas Cut Killer? Ah non Un DJ français Ah d'accord C'est Cut Killer C'est Cut Killer Mais il y a un DJ français qui s'appelle Cut Killer C'est lieu, c'est les années 14 à 10 Oh t'as quel âge? Magier und vacciniert Magier und vacciniert Magier und vacciniert Magier und vacciniert Also sehr alt Also ich hatte ihn gefragt Er hat seinen Namen nicht gesagt, er hat gesagt, er ist volljährig und geimpft Guck 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 Das fand ich echt ein bisschen lustig Guck 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 Merci, merci Bien joué Bonne continuation, Laurie, merci Bonne continuation, vous aussi Merci Merci Mh Guck Ja, er hat gesagt, er hat zwei Kinder und so Guck 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 Merci, oui Äh, das in der 76er Mission der Überlebende ist und so, also der war echt freundlich Er hat auch gesagt, man soll irgendwie bei diesen Missionen bleiben, weil alle 24 Stunden gibt's dann diesen Überlebenden und so Aufpassen War doch easy Oh, der war echt nett Er hat euch einen schönen Abend auch gewünscht Gleichfalls Ja, ein bisschen spät Ja, sind nicht alle so unfreundlich Ah, jetzt hätte ich jetzt, hier wollte ich gerade sagen, Sakura ist da, Gott sei Dank Jetzt habe ich ganz Ja, ja, hast du recht, hast du recht, du warst als erstes da, das wäre unfair gewesen jetzt Ja, genau Gut, wollen wir mal gucken, was es denn jetzt gibt's neue Mission So, was haben wir denn hier? 76er, äh, Bunker Ja, wollte ich gerade sagen, das ist die beste Ja, Moment mal, äh, 10, 0, äh, 17, das kommt auch ganz darauf an, wie lange man das Spiel spielt, ne? Wie lange spielt es an so? Ich muss gerade selber überlegen, ich glaube, 160 Tage jetzt schon mittlerweile Ich müsste nachgucken Aber das kann ich jetzt im Spiel nicht Ich bin 104, ich weiß es Und ich merke mir das auch nicht Ich habe aber am Anfang auch nicht wirklich gespielt, ne? Ich hab mich auch manchmal nur eingeloggt Ja, 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 ja Ja, aber wer ist jetzt Maurice? Ich verstehe jetzt gerade das, nicht? Ich merke mein Gesicht nach so. 216. Ich? So viel? Nein, der Griech hat geschrieben. Ach so, 216. Ja gut, ich weiß ja nicht, ob es auf sich bezogen war. Hat er ja nicht geschrieben. Er hat doch geschrieben. Bin 101. Das soll aber nicht gemeint sein. Ah, okay. Ja, ja doch, ja. Ich bin ein Niemand. Das machen viele am Anfang falsch. Ich hab das auch falsch gemacht, weil ich davon überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ich hab noch keine Ahnung. Und der Chris hat auch zum Beispiel sich... 10, 0, 17 war ich natürlich, ja. Oh mein Gott. Ich bringe heute alles durcheinander. Ja, Game und Lesen heute ist ganz schwierig irgendwie. Ich glaube, ich sollte mal meinen Brits auch aufsetzen. Was, äh, nochmal going on? Gleiche Mischen oder was war das jetzt hier? Ah, mein Spiel hängt gerade. Ja, warum hab ich denn jetzt auf einmal Blitzen in der Flasche da stehen? Hä? Ich stehe nur über dem, ey. Oh Gott. Ja, müsste jetzt ja rein tutisch, weil wir die ja schon einmal gespielt haben, bei mir auch so sein. Deswegen verstehe ich das überhaupt gerade gar nicht, aber okay. Oh, wir sind ein Hacker. Was hat der denn? Was hat der denn? Ja, die Tongeber ist ganz... Weiß so. Ich kenn jemanden. Ich kenn du nicht! Aber nur zwei, die wir auf 130 haben, leider. Und dann wieder raus. Nö, oder? Nö. Boxen und die waren drum genug. Ich hab immer noch so viel im Inventar, also ich mein, so dramatisch ist es jetzt nicht. Und selber game ich nur die Low-Waffen. Aber ich komme mir auch klar an. Ja, das ist ein 130er-Milkern und so. Ich besucht die Dicker. Hab ich nicht gesagt, Dicker. Nee, das ist nicht komponiert. Nee, das ist nicht komponiert. Der hätte meine komische Form, wollte ich kurz sagen, der zum Mal mal irgendwo. Den schwarz. Ja! Da hab ich auch noch nicht gehabt. Der ist ja blau! Hecker! Der eben war, äh, bei mir aufgenommen. Ich dachte schon, der ist im Dach offen gewesen. Der ist ja so. Der ist ja am glai. Der ist ja so laut. Die sind nicht alles so lange im Ofen gewesen. Toast aber! Was ich mir dann denken, Moni zu produzieren? Ich vergesse es immer. Bin hier mal gespannt auf die Belohnung gleich. Ich glaub, das war nur ein einzig acaba. Ja, ne? es ist komisch diese kamera ist ein bisschen eigenwillig und ich mache ich 52.000 das heißt wieder nur erwartet er hatte ich habe blitz in der flasche bekommen komischerweise verstehe ich habe wieder oder wir können mal kurze abwechslung bauer das radarrassen spielen ja ja was akura prügelt sich immer drum machen und akadiker n n n n schnuller alle fischer Ja, wunderbar, Ayroid. Ich muss schon gar nichts zu wollen. Mhm. Dann 20.000 Skizzen IPs, auch nicht schlecht, ne? So, ich muss mal eben ganz kurz ins Lager. Ich lade schon mal gleich den Küchen ein. Ja, weil das ist doch kacke. Komm mal, achso, du bist schon im Sturmschild. Und ja, dann joinen wir eben kurz im Sturmschild. Da badderst du dich ja nicht gerne. Ich lade dich dann gleich ein, badderst. Auch das noch, ne? Zu viel Arbeit. Wie konnte das passieren? Also normalerweise sollten das die Keine alles machen. Mhm. Ich stehe hier auch noch. Ich hab nur mein Global gesetzt. So noch die? Interessante Bauweise. Ah! Du kommst mir jetzt einfach nach oben. Ich hab die ganze Zeit schon geguckt, ich wohne der Fall. Ich sehe sie für den nicht. Ja, eigentlich hab ich überall so eine Sprungdinge angemacht, so an der Ecke. Ist ne kundenfreundliche Base. Ich wusste nicht, dass es dieses Niveau hera- Ja, aber das, wenn man woanders ein Sturmschild hilft, dann sind das an sich nicht. Ich hab's nicht so, ihre Roma noch eine. Ich hab's nicht so weit geschafft, zu springen. Ich hab's nicht so weit gesehen. Ja? okay aber wahrscheinlich nicht weil wir hier stehen dann weil er kam in meinen ja deswegen ja 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 wollte ich gerade sagen du stehst da auch nicht glaube ich so gut ja man hört das schon immer die ganze zeit klären da unten was war das eigentlich schon wieder der macht schon wieder nur unfug da unten oder was was denn so daran geil wenn frauen zocken das würde ich jetzt nicht so sagen aber gut ja können wir gleich weitermachen machen eigentlich hast du es nicht verdient weil wir jetzt 101 bis ja na logisch wofür sind wir denn da können ja auch ein bisschen was tun du wirst nicht ich hab noch über 100 gasfern also ich kann schnell bomben so ist nicht müssen wir rückendeckung halten und dann ist gut also doch gut ja ja also krit ist bei vielen sachen die sbs wird ja nur durch schussrate magazin der rest und krit schlagen wird denn hier reingehört unsere festung wird angegriffen die hexen und das nicht wollen kommt die klar am nächsten zumal mal durch oder ja ja das ist ganz schön krass hm 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 ich schieße die ganze Zeit mit meiner 100er raptor hm 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 ich verstehe auch nicht wie ein fass da oben drauf bei sakura landen konnte ja für Sie ja ja ja, aber trotzdem und das ist so geil wie Sie dann immer da runterfliegen ja hm Guck mal, wenn man einen Verstecker da unten bauen würde, wie verdammt verteilt man den? Einen Sonuk derweil Level 40 hat gefragt, ob ich ihn bei Stubstuhl öffne, war mir hier ein zweiter. Hat er das direkt gestartet und hat den Verstecker da unten gewohnt? Ich hatte das ja nicht gesehen. Da bin ich direkt einfach hier oben stehen und blieb mal dazu, geguckt, wie sie einfach alle da unten stecken. Ja, das macht ja auch so gar keinen Sinn, ne? Ja, der Vision hatte da unten ja, weil wir Sturmschild 7 gemacht haben, da hat er da gebaut gehabt. Der hat so drei Etagen gebaut, so ganz lustig irgendwie. Aber auch enorm viel war das. So ein Tunnel nach unten mit Eingang, wo sie reinlaufen in die Treppe und da laufen sie mal im Kreis. Ja, das könnte man machen, auf jeden Fall. Ja, aber die drei Etagen, hast du das nicht gesehen? Aber das Problem ist, wenn da irgendwie ein Fasstuch kommt, ein Fass schmeißt und das ganze Ding bricht zusammen, hast du recht verloren. Mhm. Was ja eigentlich immer passieren könnte. Mhm. Ja, ist okay, ja dann dauert das ja noch wieder alles. Ich kann ja noch ein bisschen weiterspielen. Oh, ich bin auch ohne geplumpst. Mhm. Mhm. Oh. 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 Ich weiß Thing. Oh. Ich hab diese Tür gesammt! Boah, ich rumpf schon! Wir sind wieder im Spiel! Jetzt fuhre ich mal mit das Tor los, ne? Ah, jedes Mal plumpselig! Ah, ich kann's nicht wegkicken! Der hat mich da oben gesehen! Der fand dich ja gerade scharf! Der fand dich ja gerade scharf! Ach so, und das war nur ein Experiment mit dem Fördern, ne? Ich geh extra weg, guck mal kurz drüber aus! Aua! Aber es hält halt immer alles auf! Yay, du hast es bescheuert! Wie viel Fäser da unten liegen? Ja, Wahnsinn, ne? Habt das schon mal gehört, hey! Ja, ich hab's so cool, den gehör ich ganz selten! Ja, ich hab's schon wieder! Das würde ich gerne mal wissen, ob das überhaupt machbar ist! So ganz ohne Fall? Wird richtig schwer! Ja, das glaube ich mal aber auch! Ja, wie soll ich gucken, was meinst du? Ja, Reiter auf dem Blödsinn, Vierer! Moin PS Gamer! Überlebenden, epische! Quatsch, Legis und... Aber du weißt schon, dass die schon auch ziemlich schwer ist, ne? Haha, ja! Aber man sieht's es! Also ich kann Reiter auf dem Blitz gebrauchen, aber ich glaube, da müssen wir enorm viel bauen! Und Sakura, wenn du jetzt abhaust, ich weiß gar nicht, wie wir noch mit dazu nehmen können! Ja, also bald musst du... Sakura, willst du wirklich gehen? Ja, ich will gehen, wenn ich morgen wieder um 7 Uhr aufstehe! Ach je... Ach du Scheiße! Ich würde ja auf jeden Fall... ich bin dafür, ne? Ja, was wollen wir machen? Keine Ahnung! Starten? Ja, eine würde ich auch und da würde ich auch bald mal so ab in die Augen... Ah! Falsch gebaut da! Oh, 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 oh! Zu viel Damage... Oh, 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 oh! Zu viel Damage! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ich kümmere mich um die 0 das kommt hier so wenn versuchen wir es noch mal Ich werde überrannt! Okay. Alter, der Bus ist schon... Ich glaub, das wird wohl nix. Es hat sich halt sooo nah angefühlt und im Endeffekt war es aber so weit weg. Sanitäter! Okay, die Maßnahmen haben gar nix gebracht, alles klar. Fuck off! Was der episch ist da? Ja, er hat schon lange mitgekriegt. Ich glaub, ich respawn mich mal, ne? Ihr seid zu beschäftigt. Hm, danke schön. Wir wollen noch ein Taxi! Haken wir jetzt anziehen! Kann ich nicht. Schleuder da! Hände gerichtet! Nur noch 30 Sekunden! Oh Gott! So Dampfsprenger 130 ist ja sowas von scheiße, ne? Mhm. Das war 10.000 ein Scham pro Schuss, aber er lebt so lange nach, ja, dann derzeit keine Protokolle überdrehen. Und das ging ja jetzt grad noch, ey, aber die erste Welle war ja echt scheiße. Achso, den Vollgas haben werde ich jetzt, ne? Naja, da bin ich gespannt. Naja, da bin ich gespannt. Ich hab nur 75.000 bekommen. 60.000. Ich finde das ist viel zu wenig für so ne Mission. 70.000. Gehen. Gute Nacht. Schlaf gut. Mhm. Also ich bin auch mal drauf. Ja, danke Boomer auf jeden Fall fürs helfen. Mhm. Jut liebe Leute, ich sag schon mal dann gute Nacht. Ciao! Ach, wunderherrlich ist das doch hier. Aber am liebsten hocke ich nur mal vor YouTube und schau mir die Videos an. Nicht unbedingt immer meine nur, aber ich hoffe ihr schaut meine. Und vergesst nicht, liken, kommentieren, abonnieren. Abonnieren, ganz wichtig!